Am Anfang, als ich gekommen bin, habe ich gedacht, ich bin wahrscheinlich froh, wenn ich mit meinen Kofferpacken gehen kann und gehe. Aber ich habe mich gar nicht gefreut zum Kofferpacken. Es ist halt ein Abschied. Ein Abschied ist immer schwer. Ich war ein wenig mit gemischtem Gefühl, wenn man diese Person nicht kennt. Aber ich habe wirklich gestaunt am anderen. Ich muss mir das Kränzchen widmen. Ich bin begeistert, was er diese Woche gelistet hat. Er hat wirklich alles gegeben, habe ich das Gefühl. Auch beim Käse gerade. Heute zum Beispiel hat er schon sehr gut rausgenommen. Das war schon ein Highlight. Ich habe mich heute wieder gestaunt, hat er mit Marianne den Käse rausgenommen. Und das war der Hammer. Das hat Marianne auch gesagt. Ah Scheisse. Aber das stimmt einfach nicht. Das haben wir nicht einmal abgesprochen. Ähm, verbessern. Ich muss sie gerade ein bisschen überlegen. Wüsste ich auch nicht. Man kann sich abschätzen für Menge beim Kochen. Aha, ja. Ja. Dann koche ich nächstes Mal viergepackte Hörnli. Nicht nur drei. Für mich war es eine Woche wie ein Abenteuer. Für Toni und Familie geht es ganz normal weiter. Und für mich war es eine ganz spezielle und aufregende Woche. Ich denke, wenn ich nächstes Mal in den Laden gehe und ein Stück Käse kaufe oder ein Liter Milch, das ich dann schon hinterfrage, was für einen Weg hat das hinter sich. Weil es von den Alben wieder weht, weil es Unkraut entfernen muss. Und gerade dann, bis die ganze Handarbeit wie ein Käse entsteht. Und darum wird das meine Sicht auf das Ganze schon verändern. Ich wünsche dem Sandro, dass er gesund bleibt. Dass er weiterhin so aufgestellt ist, wie er ist. Und dass man alle Wünsche, die er hat, in Erfüllung gibt. Ich wünsche der Familie Henio von ganzem Herzen das Aller allerbeste. Ich finde, ich habe riesen Respekt für das, was sie machen. Und ich danke vielmals für diese tolle Woche. Und die werde ich sicher nie, 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 nie vergessen. Und ich sage, dass er nicht so aufregend ist, dass er nicht so aufregend ist. Sandro lieferte und wenig geliefert. Das ist ein Ein Walking-He русli. Dass er nicht so aufregend ist, wenn du wieder ganz aufregend bist. Dass er nicht so aufregend ist. Ich habe wirklich weiter hier aufode problems. Und bei mir viel mehr es diese Ding ist auch aufregend ist. Du hast nicht nur zu einem wasn'tpassen.